hier ist mein super toller donovan im dritten der dritte spaziergang den er macht und er geht gleich in den tibas schwimmen also liebe leute er ist ein so toller und mit dem kann man wirklich durch dick und dünn und feld und haien und wasser gehen das ist ein für mich ein ganz toller hund zur rettungshundeausbildung oder suchstaffel oder oder er hat keine angst der macht mit geld also noch einmal dass ist der donovan er hat heute seinen dritten ausgang leidet ziemlich wenn er nicht heraus kommt er geht bei fuß er folgt aufs wort wenn ich sage hierher sagt sich nicht auf italienisch dann liegt er oder sitzt er schon vor also wirklich ein fantastischer hund brav ruhig super an der leine zieht nicht super verträglichkeit mit anderen hunden leute auch wenn er jetzt nicht der hingucker mit pedigree ist aber ein absoluter schatz und wirklich eine bereicherung es wäre schade mit ihm nicht was zu machen mit ihm zu arbeiten weil er das gerne machen würde und gefordert wäre und auch zeigen könnte was er kann bravissimo, der könnte auch ohne leine laufen hier ist unser zweiter platz am tiber wo er schwimmen geht das wasser richtig sich hineinstürzt so ein traumhund ist der donovan ja in der großen gruppe hat er sich nicht wohl gefühlt da wollte er nicht mit den anderen laufen nein nein bravo also bitte ein nein reicht und er kommt schon super schatz so ein feiner pup so ein feiner ja 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 ja